Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video möchte ich euch die Stellung der Frau im Christentum und im Islam vorstellen. Wie viele von euch sicherlich mitbekommen haben, gibt es immer wieder Leute, die behaupten, dass der Islam eine frauenfeindliche Religion sei, und dass der Islam die Frauen unterdrücken würde. Es gibt auch Christen, die solche Behauptungen über den Islam aufstellen, jedoch schauen sie sich ihre eigene Religion nicht an, und lesen die Bibel nicht genau. Es heißt doch so schön. Menschen, die mit dem Finger auf andere zeigen, sollten niemals vergessen, dass sie dabei stets drei Finger auf sich selbst richten. Ich werde euch nun zum Thema Frau im Islam und im Christentum einige Koranstellen und Bibelstellen zeigen. Ihr könnt am Ende für euch selber entscheiden, welche Religion frauenfeindlicher ist. In der Bibel steht geschrieben. Zur Frau sprach er. Viel Mühsal bereite ich dir so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlang nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Eine Frau aber entdeckt ihr Haupt, wenn sie betet oder prophetisch redet, und dabei ihr Haupt nicht verhüllt. Sie unterscheidet sich dann in keiner Weise von einer Geschorenen. Wenn eine Frau kein Kopftuch trägt, soll sie sich doch gleich die Haare abschneiden lassen. Ist es aber für eine Frau eine Schande, sich die Haare abzuschneiden, oder kahlgeschoren zu lassen, dann soll sie sich auch verhüllen. Der Mann darf sein Haupt nicht verhüllen. Weil er Abbild und Abglanz Gottes ist, die Frau aber ist der Abglanz des Mannes. Denn der Mann stammt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Der Mann wurde auch nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau für den Mann. Frauen sollen in der Versammlung schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz es fordert. Wenn sie etwas wissen wollen, dann sollen sie zu Hause ihre Männer fragen, denn es gehört sich nicht für eine Frau, vor der Gemeinde zu reden. Eine Frau soll sich still und in aller Unterordnung belehren lassen. Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht, auch nicht, dass sie über ihrem Mann herrscht. Sie soll sich still verhalten. Denn zuerst wurde ja Adam erschaffen. Danach F.H. Und nicht Adam wurde verführt, sondern die Frau ließ sich verführen und übertrat das Gebot. Sie wird aber dadurch gerettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie in Glaube, Liebe und Heiligkeit ein bescheidenes Leben führt. Nachdem ihr nun einige Bildstellen bezüglich der Frau gelesen habt, werde ich euch nun einige Koranverse zeigen. Der Heilige Koran teilt die Vorstellung nicht, dass es F.H. war, die Adam verführte. Adam und F.H. fielen beide gleichermaßen auf die falschen Versprechungen und Einflüsterungen Satans herein. Dazu steht im Koran folgendes geschrieben. Aber da flüsterte ihm der Satan ein und sagte, O Adam, soll ich dich auf den Baum der Ewigkeit hinweisen, und auf eine Herrschaft, die nicht vergeht? So aßen sie beide davon, und da zeigte sich ihnen ihre Blöße offenkundig, und sie begannen, Blätter des, Paradies, Gartens auf sich zusammenzuheften. So widersetzte Adam sich seinem Herrn, und da fiel er in Fehrung. Mann und Frau sind vor Gott einander ebenbürtig und gleichwertig. Im Koran wird an vielen Stellen betont, dass die Belohnung bzw. Bestrafung im Jenseits nicht vom Geschlecht abhängig ist. So heißt es z.B. in Suhr 3, Vers 195. Seht, ich lasse kein Werk der Wirkenden unter euch verloren gehen, sei es von Mann oder Frau, die einen von euch sind von den anderen. Im Islam hat die Mutter eine besondere Stellung. Vor allem in den ersten Jahren ist die Mutter die Hauptbezugsperson für das Kind. Durch das auch im Koran empfohlene Stillen entsteht eine enge Beziehung. Der Koran erwähnt an einigen Stellen das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, und hebt die besondere Mühe der Mutter hervor, z.B. bei Schwangerschaft, Geburt und Stillen. Der Islam geht sogar so weit, dass die geschiedene Mutter für das Stillen der Kinder von ihrem Ehemann eine finanzielle Entschädigung verlangen kann. Welche große Bedeutung der Frau als Mutter zukommt, zeigt auch ein Ausspruch des Propheten Muhammad, Frieden und Segen mit ihm. Auf die Frage, wer es am meisten verdiene, gut behandelt zu werden, antwortete er dreimal deine Mutter, und erst danach dein Vater, dann deine nächsten Verwandten. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, falls ihr mehr über dieses Thema erfahren wollt, dann besucht die Seite pierrevogel.de, dort könnt ihr euch noch besser informieren.